hallo ihr lieben hier ist Birgit von stempelbund heute habe ich für euch wieder eine besondere kartenform und zwar ist es diese tower karte eine karte mit vier flügeln sozusagen und gesehen habe ich die bei einer englischen demo kollegin bei der lieben karen und habe gedacht die musst du doch unbedingt mal nach basteln die ist ja toll hatte ich jetzt so auch noch nicht gesehen und ja habe sie nachgemacht und habe gedacht das zeige ich euch jetzt auch mal wie ihr diese tolle kartenform basteln könnt schwer ist es eigentlich nicht verwendet habe ich dafür die produktreihe tintenkunst die findet ihr im jahreskatalog auf der seite 97 da ist das stempel set und die passenden stanzformen und es gibt auch noch tolles designer papier das ist dieses hier das findet ihr auf der seite 131 und die karte kann man auch tatsächlich zusammenklappen und kann sie dann in einem größeren umschlag auf die reise schicken das ist also ganz praktisch und ihr könnt sie mit jedem designer papier gestalten ihr könnt auch das designer papier selbst machen und wie ihr diese karte gestalten könnt das zeige ich euch jetzt was braucht ihr dafür zunächst einmal farbkarton und zwar fangen hier mal an das ist ein stück in farngrün das hat die maße 14,5 x 17,5 cm beziehungsweise in in 6 x 7 inch dann braucht ihr drei stück farbkarton auch in farngrün mit den maßen 7,5 x 14,5 cm bzw. 3 inch mal 6 inch also die inch karte ist etwas größer wie meine zentimeter karte jetzt dann braucht ihr farbkarton in grund weiß oder flüster weiß je nachdem was ihr noch habt zum ausstanzen von diesen auflegern und zum stempeln der blüten da könnt ihr reststücke verwenden oder ein größeres stück was ihr eben dann habt und dann brauchen wir designer papier und zwar vier streifen in den maßen 7 x 14 zentimeter beziehungsweise zwei dreiviertel inch mal fünf dreiviertel inch und vier streifen in den maßen 4,5 x 14 cm beziehungsweise ein dreiviertel inch mal fünf dreiviertel inch das ist also dieses tolle designer papier und ihr seht das hat hier diese goldauflage also das ist wirklich richtig schick hinten drauf ist es dann auch ist eben diese aquarell technik alles gedruckt und das sieht also wirklich ganz 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 bezaubernd aus ja verwendet habe ich auch wie gesagt das produktpaket kunstvoll koloriert das sind zum einen hier die stanzformen und dann eben auch die stempel und für die aufleger habe ich genommen die stanzform so hübsch bestickt und zwar die zweitgrößte und die drittgrößte stanze brauchen wir da und damit stand die euch aus jeweils zwei aufleger zwei größere und zwei kleinere das habe ich jetzt einfach schon vorbereitet damit es dann auch gleich schneller geht genau wir brauchen noch stempel kissen da habe ich jetzt einmal das papaya genommen und eben passend fahren grün je nachdem was ihr dann für ein designer papier verwendet nehmt ihr selbstverständlich da dann die passenden farben und ich habe auch noch die fabelhaften funkelsteine verwendet müsst ihr jetzt nicht unbedingt machen das bringt halt noch mal ein bisschen glitzer genau wir starten nehmen unseren papierschneider und nehmen uns das größte stück vom farbkarton und legen es auf der langen seite an und falzen bei 2,5 bei 5 bei 7,5 und bei 10 cm bzw 1 inch 2 inch 3 inch und 4 inch das war es auch schon mit dem falzen dann knicken wir uns die linien einmal nach alle vier so wenn wir das jetzt aufstellen einmal so umklappen dann seht ihr wie die karten form vom grundsatz her entsteht ihr habt jetzt also so einen tunnel das ist das mittelteil und hier kommen dann die flügel entsprechend dran an die an dieses innen teil an dieses mittelteile genau vorher vor wir das jetzt hier gleich zusammen kleben machen wir uns erst noch die stempel und zwar brauchen wir einmal die blüte und zweimal die blätter und auch die kleinen blüten müssen wir einmal stempeln sie habe ich mir jetzt hier auf dem block gezogen dann stempeln wir uns das einmal ab so dann habe ich hier die blüten mitte sozusagen die stempel ich vorher einmal ab dann innen rein und dann habe ich die kleinen punkte das stammt alles aus dem passenden stempel set da stempel ich mir jetzt noch die blüten mitte das ist das eine dann brauchen wir einmal die kleinen blümchen auch diese stempel ich einmal und dann nehme ich mir noch die blätter die mache ich in farn grün und zwar zweimal das stand sich mir jetzt mit den passenden stanzformen hier aus dem set einmal aus also die blüte hier mit dieser großen stanze und die blätter hier mit dieser und die kleinen blüten tut ihr hier mit ausstanzen ich habe jetzt noch ein stück vergessen und zwar ihr braucht noch ein stück in farn grün das habe ich jetzt tatsächlich vergessen eben wo ich euch die stanzen zeige sehe ich das weil wir stanzen uns auch einmal diese ranke hier aus also da braucht ihr auch einfach noch mal ein stück in farbkarton mit der ihr diese ranke dann einmal auch ausstanzt auch das habe ich alles schon gemacht legt das mal beiseite und dann habt ihr folgende dinge ihr habt jetzt also zweimal die aufleger in groß ihr habt zweimal die aufleger in klein ihr habt einmal diese blätter ranke in farn grün ihr habt eine blüte zweimal das doppelblatt und drei kleine einzelblüten die brauchen wir dann gleich zum verzieren fangen wir mit dieser mattung hier an da brauche ich zunächst jetzt die kleinen punkte wieder die stempel ich mir ins eck die blüte klebe ich mir 3d mit der menschen uns auf so und guck dir mal wie er das arrangiert die blätter kommen mit einem klebepunkt dran einmal hier so dahinter also oben und unten so und die kleinen blümchen eben auch wie ausführlich ihr das dann verziert das könnt ihr dann für euch entscheiden und euch überlegen andere farben verwenden dann geht es auch sehr gut und die kleine blüte noch kommt hier oben noch ins eck genau dann wäre die erste mattung sozusagen fertig das haben wir jetzt hier gemacht genau dann gehen wir auf die nächste große noch mal und da kommt eben jetzt diese blätter ranke drauf dafür stempel ich mir die kleinen pünktchen jetzt aber in papa ja nicht den farben grün auch einfach wieder ins eck oben und unten und hier rauf kommt unsere blätter ranke und da müsst ihr ein bisschen aufpassen die hat ja so einen schwung und die soll sich ja hier auf diesem panel dann eben einmal ausbreiten dass ihr die nicht zu schräg aufklebt sonst passt es hier oben in die ecke nicht mehr rein also möglichst gerade diese ranke aufkleben und das könnt ihr jetzt mit ein bisschen flüssig kleber machen so punktuell das langt dann schon oder ihr könnt auch einen klebepunkt nehmen was ihr dann eben habt und was ihr verwenden möchtet es kann ruhig dann ein bisschen springen auch dann sieht das ganze ein bisschen lebendiger aus also einmal auch so ein bisschen drüber stehen lassen wie gesagt hier oben möglichst gerade wer möchte kann jetzt hier punktuell einfach noch festkleben das muss man aber gar nicht das darf ruhig ein bisschen springen hier oben in die mitte setzen wir uns noch zwei funkelsteinchen genau und damit wäre diese mattung dann auch schon fertig das legen wir beiseite dann kommt die nächste mattung und da kommt der spruch zum geburtstag drauf das seht ihr hier vorab habe ich hier noch diese ja wie möchte ich denn sagen diesen hintergrundstempel das ist dieser hier den habe ich mir auf den block gezogen den stempel ich mir jetzt einmal in papaya in die ecke einmal hier unten und einmal oben genau und dann einmal schräg den geburtstag also da kann man sich auch richtig austoben was die farben und die stempel angeht man könnte auch noch mehr 3d dann das ganze arrangieren also da könnt ihr dann gucken was euch gefällt so das ist zum geburtstag und dann noch mal die kleinen punkte da setzen wir noch mal so kleine grüne akzente so damit wäre diese mattung auch fertig und jetzt machen wir die letzte noch das ist diese mit den besten wünschen und auch hier nehme ich mir die kleinen blüten die stempel ich hier unten ins eck und dann habe ich hier das einzelblatt da setze ich dann einfach nur so kleine grüne akzente mit dass die farbe nochmal aufgenommen wird und dann den spruch beste wünsche das findet ihr alles im stempel set und hier könnte man eben jetzt noch ein paar persönliche worte drauf schreiben und damit sind unsere aufleger auch schon fertig also wie gesagt wenn ihr was schreiben wollt bitte vorher vorm aufkleben es geht rein theoretisch auch wenn man es sehr platt drückt aber dann hat man doch so ein bisschen eine kante drin und das wäre dann nicht so geschickt genau jetzt packen wir die stempel einmal weg so 1 so her und ば ja und jetzt geht es ans kleben vom farbkarton beziehungsweise designer papier wir kleben uns jetzt also das möchte ich noch erklären also ihr könnt die karte verwenden indem ihr die große seite nach rechts setzt wenn ihr das ganze drehen würdet wären die kleinen seiten rechts das müsst ihr euch jetzt überlegen wie erst arrangieren wollt aber um natürlich was aufzubringen macht es so rum mehr sinn man könnte natürlich auch hier schmale teile aufkleben aber ich denke um das richtig auszudekorieren macht es ebenso rum dass das ganze nach rechts zeigt die große fläche macht dann einfach mehr sinn genau also jetzt kleben wir uns hier die schachtel die basis einmal zusammen zwar wird die jetzt hier an dieser lasche einmal bündig angeklebt gucken dass ihr hier gerade seit dass das dann auch alles schön quadratisch ist und passt genau also einmal diese tunnelröhre praktisch kleben so genau und jetzt kleben wir uns das designer papier ich habe jetzt hier die drei die großen kommen jetzt also hier einmal flächig drauf einmal das design papier das braucht wirklich nicht viel das ist schon an sich so schön er möchte könnt ihr jetzt auch noch eine zweite mattung aufbringen muss man aber gar nicht umso dicker wird ja auch die karte und umso schwerer wird sie dann auch gerade wenn man so verschicken will das letzte kommt jetzt hier drauf könnt ihr auch vor dem zusammenkleben aufkleben aber das funktioniert so auch gut weil das relativ gerade alles ist so genau und jetzt kleben wir uns die flügel hier einmal dran oder aber ihr könnt jetzt natürlich auch hergehen und diese aus das zum ausdekorieren schon vorher aufbringen ich klebe jetzt erst die flügel das ist jetzt einfach eine geschmacks wie es für euch besser ist es geht beides und wie gesagt wenn ihr das wenn ihr euch sicher oder sicher sein wollt dass alles gerade wird dann klebt ihr das jetzt vorher drauf ich klebe jetzt erst die flügel bevor ich das mache fällt mir aber ein ich muss ja auch noch die rückseite dekorieren das sind ja hier noch unsere kleinen streifen und die kommen jetzt einmal hier drauf dass einfach die rückseite auch schön aussieht auch das müsstet ihr nicht wenn ihr designer papier sparen wollt dann lasst ihr das hier einfach mit dem farbkarton frei die farbe wird ja wiederholt also von daher ist es nicht ganz so dramatisch und bei diesen hier drehen wir uns die rum und kleben auf die linke seite einmal diese stücke genau und jetzt kommen eben die seitenteile hier einmal dran und einmal ringsherum ihr könnt es jetzt mit klebeband machen zeig euch das mal oder mit flüssig kleber aber besser halten oder schneller halten tut es jetzt tatsächlich mit klebeband dafür setzt ihr euch jeweils zwei streifen hier auf dem freien bereich wo der farbkarton eben ist weil das klebt ja dann wichtig ist dass ihr hier auch ein ein bisschen abstand zum designer papier lasst dass euch das dann nicht das design verklebt so und die letzte noch mal fest drücken nehmt ihr euch das erste panel oder die erste seite so fangen wir hier an das ist unsere basis das nach vorne dann drehen wir uns das rum dass wir auch das farbige teil wieder sehen setzen das ganz hier hinten in der ecke an stellen es auf und klappen es einmal um und dann klebt ihr euch das ganz gerade an diese kante dran ganz exakt und ganz sauber einmal fest drücken und drehen so geht es wirklich dann bleibt ihr ganz gerade das funktioniert super gut und das ist unabhängig davon ob ihr jetzt flüssig kleber nehmt oder oder das klebeband aber beim flüssig kleber kann es euch natürlich dann auch noch mal verrutschen also schöne seite zu euch hinten in die ecke anlegen gucken dass es stabil aufsteht und einmal rumschieben und festkleben das machen wir jetzt beim letzten auch noch so und einmal fest drücken und somit ist die karte von der basis her einmal fertig und man könnte es jetzt hier schön zusammen klappen und dann auch so verschicken so blättert sie sich dann auch um geht natürlich auch und jetzt möchten wir uns ja noch unsere aufleger drauf kleben da fangen wir dann einfach an immer abwechselnd einen großen aufleger und einen kleinen aufleger schön ausmitten dann könnt ihr das einfach umklappen kleinen aufleger könnt ihr jetzt auch zunächst zum geburtstag dann noch nehmen welcher reihenfolge ihr das arrangiert ist dann egal also von den sprüchen her nur einmal groß und einmal klein sollte dann einmal abwechselnd sein jetzt kommt der große wieder und ihr seht es passt jetzt hier so dass es auch mittig ist nicht krumm wird und ein letztes mal noch diesen aufleger so wer möchte könnt ihr jetzt selbstverständlich auch hier neben noch ausdekorieren aber ich finde das wird dann auch ein bisschen viel denn ihr habt ja schon das designer papier was für sich spricht und da braucht es dann noch nicht mehr so viel hier neben genau das ist diese ja tower karte vier flügel karte wie auch immer ihr das bezeichnen wollt ich finde das ist eine wirklich super schöne idee sieht man auch nicht alle tage und ihr seht mit ein bisschen designer papier mit anderem sieht es auch schon wieder anders aus wenn ihr jetzt noch andere farben wählt für die blüte nochmal anders und ja macht spaß diese karte zu konzipieren und ich denke der beschenkte freut sich auch wenn er sie bekommt denn er kann sie sicher dann anschließend irgendwo auf den schrank oder ins regal stellen und hat dann noch ganz lange freude dran genau alle angaben die verwendeten produkte findet ihr auf meiner homepage www.stempelbund.de ebenso wie alle aktionen die jetzt im moment noch laufen es ist ja dann der oder das startet der ausverkauf heute abend also ist ja der erste juni 2021 und der geht bis zum 30.06.2021 der ausverkauf zum mini katalog januar bis juni und ja wenn ihr da noch schnäppchen euch sichern wollt dann schaut doch einfach mal rein in den ausverkauf ansonsten laufen eben noch die anderen aktionen und die findet ihr eben auch immer ganz tagesaktuell auf meiner homepage ja mehr gibt es heute nicht zu sagen bleibt gesund und bleibt kreativ wenn es was für euch ist bastelt die karte nach verschenken geht immer einfach auch mal ohne besonderen anlass kann man eine karte verschicken derjenige freut sich bestimmt auch und ja wir sehen uns im nächsten bastelvideo und am sonntag den 6.06. ist auch wieder unser blog hopp im team stempelbund diesmal zum thema süße grüße da könnt ihr gerne ab 11 uhr mal bei uns vorbeischauen genau bis dahin macht's gut ihr lieben ciao ciao